Hallo, heute wollen wir ein beliebtes Kinderessen machen, Eierkuchen mit Apfelmus. Für den Apfelmus aus rohen Äpfeln benötigen wir etwas Zucker, zwei Esslöffel Bananenjoghurt, eine Zitrone, zwei Äpfel und eine Banane. Als erstes schälen und entkehren wir die Äpfel. Die kleingeschnittenen Früchte geben wir zusammen mit dem Bananenjoghurt und der Zitrone in ein Gefäß und berühren das alles. Für unsere Eierkuchen benötigen wir 100 Gramm Mehl, ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker, zwei Esslöffel Zucker und 200 Milliliter Milch. Dieses mixen wir alles kräftig durch. Zuerst erhitzen wir Fett in einer Pfanne. Danach geben wir eine Kelle unseres fertigen Teiges in die Pfanne. Die Pfannkuchen wenden wir ein paar Mal, bis sie goldbraun sind. Das Ganze servieren wir mit unserem Apfelmus und etwas Zimt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.